Das kann wirklich nicht angehen. Also ich bin auf der Suche nach einem senfgelben Sessel. Und weil man da ab und an so ein paar Schnapper machen kann, bestell ich ihn und wieder mal bei Etsy. Und jetzt kommt so, hab ich diesen senfgelben Sessel gefunden. Der perfekt in den Look reinpassen würde. Und jetzt ist heute ein Paket angekommen. 55 Euro. Der hat bitte gezahlt dafür 55 Euro. Jetzt hab ich in 55 Euro Minisessel. Das mach ich denn jetzt mit. Ich hasse mein Leben. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht. Schlar.